Kein erfreulicher Anblick. Der Hangrutsch oberhalb des Faltenbach-Tobels bei Oberstdorf. Auf rund 2000 Quadratmetern Fläche ist Erdreich abgerutscht, hat Teile der bereits vorhandenen Baustraße mitgerissen und landete im Bach. Die Folge sofortiger Baustopp für die dortige Errichtung des Wasserkraftwerkes. Zumindest im Bereich des Tobels stehen die Maschinen nun still. Die Frage der Schuld ist bisher ungeklärt. Es gab lange Zeit sehr viele Vereine und auch Einzelpersonen, die haben eigentlich vor diesen Ereignissen mehr oder minder gewarnt. Dass es jetzt natürlich so ist, wie es jetzt ist, das kann natürlich auch keiner voraussehen. Aber es wäre sehr schön gewesen, wenn man einfach stärker diese Ängste und Sorgen der Bevölkerung und auch der Vereine, die sich dort auch sehr stark engagiert haben, ein bisschen mehr gewichtet hätte. Seitens auch des Gemeinderates, der letztendlich auch eine gewisse Mitschuld daran trägt. Also es ist nicht nur auf eine Person festzumachen, sondern es sind sehr viele Bausteine, die zu diesem Ergebnis geführt haben. Und dieses Ergebnis ist verheerend. Dabei sind sich sowohl Kritiker der Baumaßnahme als auch die Bauherren in einem Punkt einig. Denn beide Seiten sehen Fachleute in der Verantwortung. Das ist wie immer im Leben, hinterher sind alle gescheiter. Die Situation war die, dass wir uns natürlich auf das geologische Gutachten verlassen haben, in dem also definitiv drinsteht, dass mit Hangrutschen nicht zu rechnen ist. Wir hatten natürlich das Pech, dass es im Mai und im Juni erheblich geregnet hat. Und dass aufgrund dieser Regenfälle, also denen geben wir die Hauptschuld, der Hang hier ins Rutschen gekommen ist und eben über die Baustraße weg nach unten gegangen ist. Im Moment werden die Gegebenheiten neu vermessen, um anschließend eine weitere Baugenehmigung vom Landratsamt zu erhalten. Bis das soweit ist, dürfen die Betreiber im Moment eine Hangverbauung durchführen. Mit Spritzbeton soll so der Weg gesichert werden. Durch all diese Maßnahmen, wie auch durch den Hangrutsch, so sagen die Kritiker, seien irreparable Schäden entstanden. Der Faltenbach-Dobel ist natürlich ein touristisches Naherholungsziel. Das ist der nächste Dobel am Ort. Er ist auch ein Landschaftsschutzgebiet gewesen, in dem wirklich eine sehr schöne Fauna und Flora vorhanden waren, die man natürlich durch wie viele Renaturierungsmaßnahmen auch immer nie wieder in diesen Urzustand versetzen kann. Und der Bund Naturschutz weiß natürlich, dass diese Flächen für immer verloren gegangen sind. Und er kann sich im Moment noch nicht ganz richtig vorstellen, wie diese Maßnahme eigentlich so ausgeglichen werden kann, dass nicht die Natur zu den großen Verlierern gehört, sondern dass sie eigentlich auch was dabei gewinnt. Und da möchte der Bund Naturschutz und natürlich auch die anderen, die mit involviert sind, eigentlich schon ganz gerne ein Engagement sehen, das über das normale Maß hinausgeht. Wie dieses Engagement aussehen soll, ist bisher nicht geklärt. Fakt ist, dass es auch von Seiten der Behörden Naturschutzauflagen gibt. Ob der Zustand des Faltenbach-Tobels jemals wieder exakt so hergestellt werden kann, wie er war, weiß heute noch niemand. Ja gut, wir müssen hier jetzt, sag ich mal, die Natur in den Zustand bestmöglich zurückversetzen, wie sie es vorher war. Wir werden uns natürlich alle Mühe geben, also wir, das ist die Kraftwerk Faltenbach GmbH und CoKG, wo auch die örtlichen Rechtler mit beteiligt sind, weil wir natürlich schon dem Markt Oberstdorf dieses Faltenbach oder diesen Faltenbach-Tobel wieder so hinterlassen wollen, wie er ursprünglich war. Dass das jetzt momentan als Baustelle zu betrachten ist, möchte ich einfach nochmal betonen, das ist nicht der Endzustand. Das ist eine Baustelle und wir werden alles daran geben, dass diese Baustelle nach besten Möglichkeiten wieder in den Ursprungszustand zurückversetzt wird. Bis das soweit ist, werden natürlich viele Jahre vergehen. Beim Bau im Tobel dagegen wird es vermutlich schon bald weitergehen. Dann auch mit einer geänderten Baustraße. Acht Wochen Zeitverzögerung sind es im Moment. Wenn nun kein weiterer Zwischenfall dazukommt, möchten die Betreiber das Kraftwerk noch Ende des Jahres fertigstellen. Währenddessen, da sind sich sicher alle Seiten einig, sollte alles dafür getan werden, dass sich ein Hangrutsch wie dieser nicht wiederholt.